Weiter geht's mit Assassin's Creed Rogue, und es geht immer noch! Feuerwerk! Wie funktioniert das jetzt? Ist das jetzt hier rechts? Ah, hier Schlafpfeil, Berserker. Die Sound-Effekte dabei sind geil. So, das waren alle Truhen. Und hier ist bestimmt noch mehr, oder? Äh, da ist noch ein Animus-Fragment. Wohlstand, also so'n Teil. Da oben geht's ab. Jetzt muss ich da hoch. Okay, du willst Ärger haben? Oh geil, das ist wirklich so schnell nachladend. Ist das awesome! Stopp, stopp! Stopp, mein Arsch! Oh mein Gott, ist das awesome! Ich liebe es! Ich liebe es! Zweitbeste Neuerung oder so als Assassin's Creed Rogue. Das Gewehr! Das awesome Gewehr! Halleluja! So! Meins! Äh, ja, lautlos ausschalten. Ich muss zuerst zu Washington. Anschließend kommen die Artefakte. Okay. Okay, nicht entdecken lassen. Stealth Mission. Okay. So weit, so gut. Ich kann es sehen. Bruder! Gehört ihr nicht eigentlich ins Bett? Geht schon, George. Vertretet mich als Gastgeber. Geht in den Keller und holt einen guten Tropfen für die Gäste. Gerne. Gentlemen. George Washington. Unser guter Freund. Aus dem Dreier. Ah. Ah. Mein Bruder ist ein Lichtblick in diesem Land. Eine Bitte habe ich, bevor ich aus dem Leben schreite. Bitte lasst ihn in Frieden. Er sollte mit den Wirren des Templerordens nichts zu tun haben. Wir respektieren eure Meinung, Sir. Ich danke euch dafür, Gentlemen. Master Smith. Seid ihr bereit für eure Reise? Aye, Sir. Ich werde mit Antworten zurückkommen. Master Wardrobe? Kennt ihr auch den Inhalt des Manuskriptes? Ja, Sir. Und bald auch seine Bedeutung. Dann brechet sofort auf. Eieiei. Ich glaube natürlich, das braucht nicht mal einen Assassinen. Er soll jetzt schon fast tot. Washington kann sich kaum auf den Beinen halten. Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam. Denn ich töte hier einen sterbenden Mann. Ich töte hier einen sterbenden Mann. Bärwerker! Ups. So bekannt will ich dann doch nicht werden. Ich muss da hoch, ne? Ja. Dann geh auch da hoch. Okay. Und da hoch. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Hhhhhhh. Hhhhhhhhh. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Hhhhhhhhhh. Hhhhhhh. Mhhh. Du gehst doch jetzt auf alles, was dich bewegt. Ja! Es hat immer Spaß gemacht, Sliver-Büten zu machen. Zumindest, wenn ich nicht in irgendeiner Nähe bin. Habt deinen Spaß! Ja! Na nun, sind die Bersagerpfeile nicht mehr tödlich? Ist nicht mehr tödlich? Aber noch mal tödlich. Die waren doch mal tödlich. Was ist das? Das ist mein Schwerpunkt. Das ist dein Schwerpunkt. Das ist mein Schwerpunkt. So, raus mit einer Menge Ergo, hier so untergetaucht. Gucken, sind es die Berserker? Jo. Ich bin nicht da. Gehen wir mal wieder nach oben. Okay, ich weiß, der Tynis bewegt dich von dort nach links. Ergo wäre es gut, wenn ich hier so ein bisschen ablenken hätte mal. Also so. Wo wir für Ablenkung? Und... Du da. Und du da noch. Das war ein Zivi. Hm, ist doch tödlich. Habt mich nämlich schon gewundert. Du da schiefst. Oh, den muss verzeigern. Ich scheine heute etwas unter dem Wetter zu verzeigen. Ich habe so natürlich schon schief. Dstving Hallo bei Prinz und Jack! Na komm schon Ach nö ey, oder? Ich hab mir zu viel Zeit gelassen Da willst du alles hier perfekt machen Und dann sowas hier Washington kann sich kaum auf den Beinen halten Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam Denn ich töte hier einen sterbenden Mann Määä Merde Sag ich dir nur Merde Dab Können die mal alle da weg gehen? Dankeschön Wäre jetzt noch einer oben oder nicht? Dann werdet ihr ja gleich sehen Bin noch einer am Weg hier oder nicht? Es ist aber noch einer Und weg! Und weg! Ich habe keine Tagung mehr hier Oh, das zählt auch Ihr seid zu spät, Assassine Es ist nie zu spät, Templerpläne zu vereiteln Master Washington Aber meine Pläne sind schon im Gange Euch hierher zu locken Ich verschaffte meinen Bundesgenossen Zeit zur Flucht Ich danke euch, dass ihr mir ein schnelles Ende gewährt Und ich euch für das Offenlegen eurer Pläne Hinterhältige Schlange Ah, die Rauchbombe Wer kennt sie nicht? Gott verdammt Ich muss eilen Ich muss die Morrigan erreichen Liam Ich hoffe, du bist mit dem Schiff da Alter Lass mich doch mal weg hier Halt, falsche Richtung Ist das ein Schiffsmörser? Das gehört sich nicht Das gehört sich nicht Das gehört sich nicht Sagst du, ich sag was anderes Ich bin anderer Meinung Was ist passiert? Geht mir wegwerden Der will weggehen Mein Schiff Alter, die machen mein Schiff kaputt Lass ich mir raten Ich entkomme hier nicht Ich soll auch nicht entkommen Wetten, das ist so gedacht Ich glaube, dafür soll man gar nicht entkommen können Oder doch Was? Man soll hier entkommen können? Wie haben sie sich das denn vorgestellt? Ubisoft Wie habt ihr euch das vorgestellt? Alle Segel Ich meine, man kann ja nur hier geradeaus Weg hier, aua Weg hier, aua Ich bin weg hier Ich bin sowas von weg hier Ich habe ja noch keine Fässer Schüßen Ich will hier weg Alter, wie viel Leben das Ding da hinten hat Ist mir egal Langsam nicht treffen Kann mir das sowas von egal sein Ich will nur hier weg? Ich will nur hier weg Lawrence Washington ist tot Hier wirkt enttäuscht So krank wie der Mann aussah Wäre er in einem Monat ohnehin gestorben Zwei andere Templer sind entkommen Sie wissen von Manuskript und Schatulle Haben sie die Artefakte? Ich weiß nicht Vielleicht Sicher bin ich nicht Dann handeltet ihr im Sinne der Bruderschaft Wir suchen die Objekte später Wollt euch, Shay Selten konnten wir die Templer in solchen Ordnungen stürzen Vielleicht Aber Washingtons Worten zufolge Hört es sich nicht nach einem großen Verlust für sie an Nun, das sollt ihr glauben Mission complete Ich liebe dieses neue Gewehr, aber Ich liebe es Wir sind immer noch weit ein Fan davon Templer zu werden Achievement, glückliche Zeit Sieht doch gut aus Yay, Uplay-Aktion Sequenz 1 fertig Ich werde schon wieder zu Abstergo geschmissen Gut Die Erinnerung scheint fragmentiert Wie viel Zeit ist vergangen? Ein paar Monate Der Virus stört den Zugriff auf ganze Erinnerungen Sie sind völlig durcheinander 1754 Der Virus wird sehr bald ausbrechen Achtet auf die Einmischung der Assassinen Das werden wir Nicht wahr Strohkopf? All die Schnauze All die Schnauze Was sagt denn die Karte eigentlich? Okay, das heißt, es gibt Ach du Scheiße Die Karte ist ja deutlich größer Was ich dachte Ja, also wir sind gefühlt Wie lange sind wir noch mit dem Spiel beschäftigt? Sechs Monate? Sieben? Acht? Eine ganze Weile Werden wir an diesem Spiel noch beschäftigt sein Es ist so düster über der Heimstatt, da Miss Abigail und Connor von uns gegangen sind Ei, ich sah Achilles weinen Warum auch nicht? Er sieht nicht traurig aus Er sieht wütend aus Verwirrend Er kämpft um den Verlust So wie wir Ich weiß Das ist Monate her Und wir suchen nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle Der Chasseur hat eine Spur zur Schatulle Wir treffen Chevalier und ihn in St. Johns Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade Als Achilles sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten Großer Macht Was meinte er? Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Che Ich sprach lange mit Adawale Er glaubt, die Vorläufer Schatulle erzeugt Nun, Wörter oder Bilder Eine Laterna Magica? Was meint ihr? Die magische Laterne, die Vater Connolly einst in der Kirche aufgestellt hat Im Innern war eine Kerze, glaube ich Vorne steckte eine kleine Glasplatte Dann wurden helle Bilder an die Wand geworfen Wie römische Kathedralen So nah, als wären sie echt Ah ja Ich denke schon Nur, dass sie auch die seltsame Sprache des Manuskripts übersetzt Wäre auf der Platte ein Spruch an Latein Erschien er in Englisch Wie ist das möglich? Wer weiß Ich fürchte, wir werden niemals verstehen, wie die Edensplitter funktionieren Deswegen sind sie ja so offen Wo in der Welt gibt es die hübschesten Mädchen? Das hängt davon ab, was ihr unter Schönheit versteht Eine Maid von Corfu unterscheidet sich von einer aus Oslo wie Tag und Nacht, aber Schön sind beide Seht ihr? Ansichten wie diese verleihen einem Mann den Ruf von Weisheit Ja, danke Ich hätte Havanna gesagt Die Mädels dort haben üppige Hintern und Busen Und scheuen sich nicht, sie jedermann zu zeigen Aber nichts übertrifft die Damen unserer Heimat Ich nehme an In Galway gibt es die hübschesten Schön und bescheiden Immer bereit, dir einen Penny zu leihen Für einen Ale Sag bloß Und dann die Frauenzimmer, die ich in Lissabon traf Für das Kloster bestimmt waren sie Schwarzäugig und immer frohgemut Könnte ich doch portugiesisch Nicht, dass wir des Nachts viel geredet hätten Solche Ansichten geben einem Mann ein ganz anderes Seinemä Hört ihr mal auf zu labern? Ich will meinen Part beenden Soll ich lieber mal Pause Also dann, bis zum nächsten Mal See ya Leute